Herzlich willkommen im Radiologiezentrum Nordharz. Als radiologische Großpraxis mit Krankenhausanbindung versorgen wir sämtliche ambulante und stationäre Patienten an unseren Standorten in Goslar, Bad Harzburg und Klaustal-Zellerfeld. Unser kompetentes und äußerst serviceorientiertes Team wird hierbei von modernster digitaler Technik unterstützt. An unserem neu gestalteten Standort am Klinikum Bad Harzburg bieten wir Ihnen darüber hinaus eine Komfortradiologie mit unter anderem einem offenen Panorama-MRT. Alle radiologischen Aufnahmen werden bei uns digital erstellt. Alle unsere Standorte sind miteinander vernetzt. Sie befinden sich bei uns in allerbesten Händen. Unsere medizinische Versorgungsqualität wird kontinuierlich von mehreren unabhängigen Stellen überprüft und positiv bewertet. Zudem ist unser Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO zertifiziert. Für Ihre Gesundheit machen wir uns stark. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit unserer zentralen Terminvergabe oder erfahren Sie mehr über uns unter www.rznh.de. Wir freuen uns auf Sie!